Hey ho Leute, was geht ab? Es ist einmal wieder an der Zeit für ein neues League of Legends Custom Arm Event. Und zwar schon mein viertes mittlerweile, nachdem die ersten Reihen so super gelaufen sind, dachte ich, ich fühle die Reihe fort mit meinen lieben Abonnenten. Und zwar dürft ihr alle dieses Video schauen, nicht nur meine Abonnenten, aber nicht hauptsächlich Abonnenten wahrscheinlich. Mitmachen am 25. Januar, das heißt Samstag in zwei Wochen, fangen wir so etwa 20 Uhr an, kann auch halt neun werden, das hangen wir so abends an. Ähm, und dann zocken wir einfach League of Legends zusammen. Ja, ähm, wahrscheinlich werden wir der Custom Arm aufmachen, was weiß ich, und da passen jetzt die Leute rein. Mal schauen, wie viele Leute wir sind, dann zocken wir im Vergegenländer. Wenn wir genug Leute sind, hab ich mir gedacht, mal vielleicht so keine Atonier oder so. Ähm, auf jeden Fall, worauf ihr halt Lust habt, können wir auch, kann ich nicht irgendwas, keine Ahnung, Dominion oder so zocken, oder Normal Game, Aramia, keine Ahnung, egal, worauf wir da Lust haben werden. Ich würde doch vielleicht ein paar Mets aufnehmen, wenn da keiner was dagegen hat. Auf jeden Fall für diejenigen noch, äh, die mich noch nicht geändert haben, die mich noch gar nicht, äh, nein, die mich noch nicht abonniert haben, ähm, sag ich mal. Die können mich dann einfach ändern, in den Link auf Legends, da heißt ich, Hydro Yassin 96, steht auch hier, äh, in dem Bild drin, ganz unten. Und, weil es gab, heißt auch Hydro Yassin 96a mit einem Leerzeichen netzischen. Mein Profilbild ist so ein, äh, schwachster Skorpion. Ich hab mal von einem Fall, wenn man nach Hydro Yassin 96 so gefällt, mit dem Skorpion, der bin ich, äh, mich einfach, ich nehme auf jeden Fall an. Ich schreibe mich dann kurz an, fragt, na, ob mir Abonnent seiten und so, und dann ist auch alles gebacken. Ansonsten, an der Abonnenten könnt ihr mir gerne schreiben, im Moment macht ihr noch nicht, damit ich das ein bisschen planen kann, viele Male sind. Und ansonsten freue ich mich dann auf den Samstag und, äh, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich, schaue hier auch und dann lassen wir uns am 25. Januar Samstag Nacht krachen, würde ich sagen, ne? Bis dann, Freunde, beim Nick of Legends Custom Aram Event Nummer vier. Ciao.